Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch einige Victorinox Messer vorstellen, nämlich zwei Modelle von denen ich wirklich sehr überzeugt bin und ein Modell, das ich euch nicht empfehlen kann und dringend davon abrate zu kaufen. Ja, warum geht's? Die Firma Victorinox stellt wunderbare Messer her und unter anderem dieses hier, das wir alle kennen, das kleine Victorinox, sind ja süße Messer und wir haben sie auch sehr oft in der Kindheit benutzt, doch irgendwann ist es mir passiert, dass ich mich hier am Finger ordentlich geschnitten habe. Ich glaube, man kann die Narbe noch erkennen hier drüber. Ja, da wollte ich mir im Wald so eine Buschkraftsäge herstellen, habe ein Loch gebohrt, habe dann die Klinge zu weit umgedreht und dann ist mir eben die Klinge auf den Finger zurückgeklappt, so richtig schön hier so drauf. Ja, das hat dann in einem Krankenhausaufenthalt geändert, in der chirurgischen Abteilung, da wurde meine Zähne dann genäht, war sehr schmerzhaft und ich hatte dann sechs Wochen einen Gips. Sechs Wochen. Ich finde, das war eine sehr unnötige Verletzung, erstens einmal der Fehler von mir, dass ich so unachtsam war, aber hätte dieses Messer eine arretierbare Einstellung gehabt, dann wäre mir das auch nicht passiert und deswegen finde ich Messer, die nicht arretierbar sind, einfach um einen Tick zu gefährlich. Jetzt werden sicher viele sagen, ja, bist selber schuld und das war ich auch, aber ich kenne sehr viele andere Messer-Enthusiasten und Survivalisten in der Buschcraft-Szene, die genau die gleiche Narbe haben wie ich. Das schaut ganz gleich aus. Einer von denen hat mich sogar gewarnt, dass ich kein Messer nehmen soll mit einer Klinge, die zurückklappen kann. Ich habe mir gedacht, ja passt schon, ich werde schon aufpassen und dann ist es mir trotzdem passiert. Ja, was kann man aus diesem Fehler lernen? Erstens einmal, niemals ein Messer angreifen, wenn man nicht konzentriert ist, wenn man abgelenkt ist oder gestresst ist. Das zweite ist, es gibt halt auch dann noch Messermodelle, wo mir das gleiche nicht passiert wäre. Zum Beispiel dieses Messer hier, das ist ein ganz altes Victorinox, das ist ungefähr 15 Jahre alt, das hat hier auf der Seite einen Knopf und nur mit dem kann man die Klinge wieder zurückklappen. Mit diesem Messer wäre mir die Verletzung nicht passiert. Also meine Empfehlung ist, das kleine Victorinox, ich weiß, wir lieben es alle, es ist ein super Messer, es ist klassisch, wir kennen es von der Kindheit, wir sind da emotional ein bisschen, wie soll ich sagen, attached, ja. Wir haben da so eine Bindung zu diesem kleinen Messer. Wir haben sogar MacGyver gesehen im Film, wo er es benutzt hat und damit in sehr vielen Sendungen überlebt hat. Also für mich war das kleine Messer, das war einfach, ja, das war einfach cool. Und ich liebe es immer noch, versteht mich nicht falsch, aber ich finde einfach, es ist zu gefährlich. Vor allem für Kinder. Also ich würde das niemals meinem Kind schenken, niemals. Was ich meinem Kind irgendwann einmal schenken werde, ist entweder dieses Modell hier oder diese neuen Modelle. Das hier ist ein bisschen kleiner. Hier haben wir das neue Ranger Grip 61. Einmal in Rot und einmal in Grün. Ja, jetzt schauen wir uns noch kurz das alte Modell an. Also da hatten wir eine große Klinge. Die ganz typische Victorinox Klinge. Und so ist das Messer nicht mehr klappbar. Man muss wirklich hier diesen Knopf runterziehen und erst dann kann ich die Klinge zuklappen. Dann ganz klassisch hier einen Dosenöffner und auf der anderen Seite einen Bierflaschenöffner. Ja, dann hier hinten noch die Ahle. Und ja, der braucht das schon. Also ein Korkenzieher. Damals vor 15 Jahren finde ich es okay, aber jetzt hat doch jede Flasche fast schon einen Schraubverschluss. Also ich glaube nicht, dass der Korkenzieher noch sehr oft zur Anwendung kommt. Also das war das alte Modell, finde ich aber trotzdem sehr gut. Ich verwende es noch immer sehr gerne. Es ist auch richtig klein und leicht und ich nehme das sehr oft für EDC. Also wenn ich mal ein Messer brauche zum Einstecken oder für die Handtasche oder für den Rucksack beim Wandern oder so. Also das ist wirklich ein super ultra leicht Messer und eigentlich ist es schade, dass dieses Messer nicht mehr hergestellt wird. Die einzige Kritik, die ich an diesem Messer habe, ist, dass es nicht wirklich einen Fingerschutz gibt. Es schaut zwar so aus, als ob da ein bisschen Fingerschutz da ist, aber das kannst du vergessen. Also das ist kein Fingerschutz. Das ist einfach nur eine kleine Kurve und man könnte da sehr wohl drüber rutschen. Das ist die einzige Kritik, die ich an diesem kleinen Messer hier habe, aber ansonsten wirklich klasse, tolles Messer, gefällt mir sehr gut und werde ich auch nicht hergeben. Ja und dann gibt es jetzt auch diese neuen Modelle hier. Da habe ich mir zwei besorgt. Eines in grün für mich und eines in rot für meine bessere Hälfte zum Hochzeitstag. So und jetzt werde ich euch mal das Modell zeigen. Das ist das Ranger Grip 61. Ich finde das Messer wirklich super, weil hier kann man den Knopf drücken und dann eben das Messer wieder einklappen. Ja und das ganze gibt es in rot oder grün. Hier ist die Klinge. Die könnte man auch als Einhandklinge verwenden. Ich muss aber sagen, ich tue mir ein bisschen schwer, das mit einer Hand aufzumachen. Da haben vielleicht Männer Vorteile, wenn sie längere Finger haben als ich jetzt zum Beispiel. Und so schaut die Klinge vom Ranger Grip 61 aus. Ja, das ist eine richtig massive Klinge. Die Klingenlänge ist ungefähr 9,5 cm. Zu der Klinge gibt es aber auch eins zu sagen und zwar, die ist nur bis hier geschärft und hier hinten ist stumpf. Vielleicht könnt ihr das sehen in der Spiegelung. Also da verliert man ungefähr fast einen ganzen Zentimeter an Schneide und das finde ich halt nicht so super. Da gefällt mir das alte Modell ein bisschen besser, weil hier da verliert man nur so 5 mm an diesem Stück hier. Ricasso und dann geht es eigentlich schon mit der Klinge los. Also das ist der Unterschied, dass die Schneider hier hinten nicht ganz zurückgeht und wenn man hier unten drauf schaut, dann geht die Klinge hier auseinander. Also das ist ein bisschen eigenartig, habe ich so noch nicht gesehen. Da würde mich mal interessieren, was die für eine Schleifmaschine haben und wie die das zusammenbringen, dass hier hinten dann auf einmal so breit wird. Ja, also die haben da eine spezielle Schleifmaschine, vielleicht so Tellerschleifer oder so. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, wie die das sonst zusammenkriegen. Warum schärfen die das nur bis hier an? Ich glaube, das hat folgenden Grund. Je weiter man zurückschärft, desto leichter ist es, dass man mit dem Schärfgerät die Griffschalen beschädigt und ich glaube, dass deswegen die Klinge nur bis hierher angeschärft wird. Und ja, das gefällt mir nicht so. Deswegen werde ich in Zukunft beim nächsten Mal schleifen, die Klinge hier, also die Schneide nach hinten ziehen, ungefähr so bis in diesen Bereich, damit ich einen besseren Hebel habe beim Schnitzen. Ja und wenn man das Messer dann so hält, dann sieht man auch ganz genau, dass einem ein guter Zentimeter fehlt. Da kann ich erst hier vorne zum Schnitzen beginnen und dadurch brauche ich dann mehr Kraft, weil die Hebelwirkung viel geringer ist und das ist natürlich suboptimal. Also deswegen werde ich mir die Schneide hier ein bisschen zurückziehen, soweit es halt geht. Aber ja, das ist das einzige was mir nicht gefällt. Da wäre doch besser so eine Lösung wie hier. Aber egal, es ist trotzdem ein super Messer und hat eine sehr stabile Klinge, ist wirklich extrem scharf. Ja und hier ist natürlich alles verriegelt. Das passt so. Und dann, wenn ich die Klinge schließen möchte, drücke ich einfach hier diesen Knopf hinein und dann kann ich die Klinge schließen. Super Sache, gefällt mir sehr gut. Ansonsten hat dieses Messer hier einen Kapselheber und auf der anderen Seite einen Dosenöffner. Dann auch hier eine kleine Pinzette und einen Zahnstocher aus Plastik. Ja und dann auch wieder einen Korkenzieher. Ja das was immer gut ist, ist natürlich eine Aale. Die ist aber auch nicht arretierbar. Da muss man dann auch aufpassen. Also am besten immer so halten, wenn man irgendwas bohrt oder sticht. Ja das ist das Ranger Grip 61 und hier in rot nochmal dasselbe Spiel. Ja jetzt möchte ich euch noch ein paar andere Modelle zeigen, die zwar schön gewesen wären, aber die ich dann trotzdem nicht gekauft habe. Und zwar aus folgendem Grund. Also die beiden Modelle gibt es auch noch mit einer Säge. Das wäre zwar super gewesen, weil Sägen richtig praktisch sind. Vor allem um Bushcrafting zu machen oder Fallen zu stellen. Aber das Problem ist, dass diese Säge hier, die ist auch nicht arretierbar. Und wenn du diese Säge auf deinen Finger bekommst, dann schaust du auch nicht besser aus als ich damals. Also diese Säge ist leider nicht feststellbar. Dieser Knopf geht wirklich nur für die Klinge. Und deswegen habe ich mir eben dieses Messer nicht bestellt. Da ist halt die Frage an Victorinox, ist es nicht möglich, dass man einfach die Säge auf die andere Seite gibt und dann auf der Rückseite des Messers noch einen Knopf macht? Ja und das ist halt richtig schade, weil das Modell ist eh schon sehr gleichschenklig. Also da hat man hier einen leichten Fingerschutz auf dieser Seite. Aber wenn du das Messer umdrehst, dann hast du auch hier diese Ausbuchtung. Also könnte man das Messer auch so nehmen, weil ja auch hier sowas wie ein kleiner Fingerschutz besteht. Und dann könnte man doch hier diese Holzsäge dran machen. Entweder mit einem eigenen Knopf oder Liner Lock. Also das wäre echt super, wenn beide Instrumente sozusagen feststellbar wären. Und mittlerweile gibt es auch sehr viele verschiedene Modelle von Victorinox. Genau das hier, das hätte ich gerne gehabt. Das mit dem Holzgriff. Das ist ja wirklich wunderschön. Aber hier ist das gleiche Problem. Der Knopf arretiert nur die Klinge und die Säge ist nicht feststellbar. Ja, das ist wirklich schade. Ein wunderschönes Messer. Hätte ich gerne gehabt. Ja, dann hatte ich auch mal dieses orangene Messer. Das Hunter XT Grip Pocket Knife. Die einzige Kritik, die ich an diesem Messer habe, ist, dass diese Messer hier ein verkehrtes Liner Lock haben. Also normalerweise bei anderen Herstellern, da drückt man einfach runter und dann macht man so die Klinge zu. Aber bei diesem Orangen Modell, dann muss man das Messer umdrehen und das Liner Lock so nach außen drücken und dann die Klinge so zu machen. Und da ist es mir schon fast passiert, dass beim zumachen, nachdem ich gedrückt habe, mir die Klinge hier zurückgeklappt ist auf den Finger. Das heißt, dieses Messer, dieses orangene Messer, da braucht man eigentlich, um es sicher zuzumachen, zwei Hände. Eins zum drücken und die zweite Hand, um die Klinge zuerst ein bisschen zu klappen. Dann muss man loslassen, weggehen und dann das Messer zuklappen. Also es ist ein bisschen umständlich, dieses Messer wieder zuzuklappen. Und das war dann der Grund, warum ich das orangene Messer nicht mehr wollte. Also da ist mir ein Schiebe Knopf sehr viel lieber und den finde ich auch sicherer. Also ich bin ein Fan vom Schiebe Knopf und ich bin auch jetzt ein Fan von diesem Messer hier, das Ranger Grip 61. Finde ich ein wirklich cooles Messer. Es ist vielleicht ein bisschen groß, also man sieht, das ist wirklich für männliche Hände gemacht. Wenn es das ganze Modell ein bisschen kleiner geben würde, das wäre cool. Also so in der Größe, ja das wäre echt cool. Aber trotzdem ein cooles Messer werden wir jetzt als EDC immer dabei haben und ja, kann ich wirklich empfehlen. Ich werde euch auch einen Link in die Beschreibung geben, wo ihr das Messer dann auf Amazon findet. Ja, das war's von meiner Seite. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr ein Lieblingsmodell, das euch besser gefällt? Habt ihr gerne ein Victorinox Messer oder sagt ihr nein, das ist nicht meins. Ich habe lieber einen Leatherman oder etwas anderes. Das war's heute von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.